Heute ist Harry Potters Geburtstag und damit meine ich nicht die Figur Harry Potter, denn die hat bekanntlichermaßen am 31. Juli Geburtstag, sondern der Geburtstag der Bücherreihe von Harry Potter. Heute am 26. Juni ist es genau 27 Jahre her, dass die Harry Potter Bücher erschienen. Das war nämlich am 26. Juni 1997. Damals umfasste die Erstauflage ungefähr 5.650 Exemplare, von denen 500 Exemplare Hardcover Bücher waren, bei dem Verlag Bloomsbury Publishing. Solltet ihr eins von diesen 500 Exemplaren besitzen, denkt mal über einen Verkauf nach. 2021 wurde eins dieser Exemplare für 417.000 Dollar in Dallas versteigert. Inzwischen wurde der Stein der Weisen über 100 Millionen Mal auf der ganzen Welt verkauft und gilt als eins der bestverkauftesten Bücher aller Zeiten. Wenn man jetzt bedenkt, dass die Geschichte 1991 startet, dann kann man davon ausgehen, dass auch das Schreiben von J.K. Rowling 1991 startete. Das heißt, es dauerte sechs Jahre vom Anfang bis zur Veröffentlichung. Was einem lang erscheint, doch wenn man die Ausmaße bedenkt, es sich sicherlich gelohnt hat.